Hi Leute, hier ist Vincent Weiss und hier gibt's nochmal alle Outtakes der Wochen 1 bis 14. Ihr habt's euch gewünscht, ich weiß, ihr wartet nur drauf und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zurück im Studio. Ich mag kein Ohr. Ja. Oh. Ich liebe am Wille von jemandem willkommen, ja. Neeh. Ah's ok. Echtungusischuie. L적iitariana senza cipolla con un po' di aglio. Bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapis. Poi 1 con Salaacalabrese. Fra 15 minuti o più o meno. 15 minuti sePer il하면 Antworti. Va bene, grazie, a dopo. Ciao ciao. A Fernand Cockat a regional đến 2019. Film ini juga courses, ich habe sp versucht. Haha, ich habe es schon sehen. Ich bin so weit in ver... fern... waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Und jetzt aber? Du bist auch ein bisschen... Was? Ich bin wuffig. Wir wollen dich vielleicht 20 Euro verlesen. Ich bin nicht wuffig. Ich warte nur, bis ich arbeiten kann. Ich würde trotzdem gerne hören von dir. Kevin, du hattest recht. Unentschieden. Bis es durch ist. Steck da gerade rein, probier das. Wie ein kleines Kind, dass man das erste Mal irgendwas in seinem Leben macht. Komm, gib mir. Hey, wenn Marc kuschelt mich. Im Kopf gar nicht. Du weißt, dass ich... Das ist dein Alltag. Ja, sorry, wenn ich auch kriege, du bist was von Meckes, was soll ich denn sagen? Ja, mit was gesunden, gesunden Salats hätt ich gern. So wie wir. Ja. Das hast du mir gerade hingestellt, das esse ich nicht. Wenn ich den Burger ein bisschen versorgen nehme ich einfach richtig wieder hier. Willst du mir da nichts best? Nee. Oh Gott. Fällt dir noch mal. Ja, willst du ein bisschen was von Meckes noch? Nein. Ja, willst du mich immer noch? Ich bin selber schuld, würde ich sagen. Guck mal, wir haben noch Brötchen. Boah. Die wiegen ihr auch erst seit länger auf jeden Fall. Ich zieh gleich hier und frag mich wann. Hat das alles... Wow. Wacht jeden Morgen mit der Frage auf, wenn ich eigentlich... Wow. Schon gerade runtergezogen. Wir erklären bei dem Vlog, dass wir nicht fit sind. Ja gut, zwei. Zu lange gearbeitet. Mann, wir waren wieder lange im Studio. Fabi, magst du Bier eigentlich oder? Ich liebe Bier. Halt die Fresse. Linsen, ne? In dem anderen Gewand. Digga, ID3 fahren. Mal was für die Umwelt tun. Wem gehörst du denn? Kleiner. Hör... 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 Ich hab mich nicht bore. Guck mal nichts mehr. Hör... 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 Ich hab' vor mir noch mal Kacknung. Guck mal schon. Die coole Idee war das. Wer, wenn ich... Moin, ich bin Dario und ich mach die Grafik hier. Hi, ich bin Noah und ich mach die Videos und die Fotos. Ma, 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 ma. Wer, wenn ich... Wir gehen zusammen durch alle Zeit. Was auch passiert, wir beide bleiben. Vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann. Und vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann.